Hallo, guten Morgen! Guten Morgen, meine liebe Freunde und Freundinnen. Ja, ich bin ja wieder zu Hause. Ich war ja fast eine ganze Woche in Märkselich bei meinem Schwillingsbruder, dem Filetlein. Ja, und jetzt bin ich ja wieder zu Hause. Und es stimmt, das Sprichwort stimmt. Zu Hause in die Bett ist es immer besser als in ein anderes Bett. Und wenn das doch so bequem ist. Irgendwie daheim ist daheim. Und jetzt wollte ich euch heute Morgen weg und wollte sagen, Guten Morgen, meine liebe Freunde und Freundinnen, die Sonne scheint, aufstehen und so. Und was ist? Pustekuche. Sonne scheint nett, es ist ein bisschen früschelig. Also zu dem Wetter, wo wir vor über einer Woche kamen, da hat sie uns das Gehen rausgebrannt. So war das heiß gewesen. Und jetzt, jetzt ist es gar nicht mehr heiß. Und die Sonne scheint auch nicht ganz viel. Also jetzt ist es mehr kühl und nass. Ja, finde ich gar nicht gut. Also jetzt, wo ich wieder selben bin, hätte ich gern schönes Wetter, damit ich den ganzen Tag draußen rumzuholen kann. Mit meiner Emi und mit meinem Bella, ja. Und ich kriege heute noch Besuch. Jawohl, der Kugel kommt heute noch. Ich glaube, der bleibt ein paar Tage bei mir. Ja, das, das, den zeige ich euch dann mal morgen. Also Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Und tschüss, euer Mogli mit die weiße Socke.